Ja, guck mal! Scheiße! Vielleicht einfach mal hier dran ziehen. Vielleicht machst du einfach mal den Knoten da raus. Ja, ich bekomm es auf den gebackenen aufzubekommen. Soja, dann schneid es auf oder so. Warte kurz, ich konzentriere mich jetzt mal. Alles klar. Ich habe heute morgen die Fegernägel geschnitten. Das hätte ich doch gemacht. Ich hatte eine mega lange Fegernägel. Alter, ich muss eigentlich nur den scheiß Knoten aufbekommen. Zieh, zieh, zieh! Hopp nochmal! Okay, nochmal. Einmal für das Video. Und der... Ihr werdet auch den scheiß Zelt da rauskriegen. Lass mich mal bitte mitmachen. Mach mir beide mal. Warte mal. Ich filme uns mal bitte, wie wir da ranziehen. Okay. Der Fahnen, komm mal her. Ich will zünchen an. Ah! Ich finde die Knoten. Die Knoten der See. Ich weiß die Knoten. Ja, scheißegal. Zieht einfach. Ja! Ich bin nicht da. 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 Hey, komm wie lange hat das jetzt gedauert? 60 Sekunden oder was? Ich bin nicht da. Ja, ich bin nicht da. Ja, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich muss immer Pelle kaufen. Ich bin Fußball. Ich kaufe einen Ball. Ich bin Fußball. Und da brauche ich einfach einen Ball. Und ein bisschen Gaudi. Ein bisschen Bier. Und dann ist's geil. Und da kommt jeder sein Feig. Und da kommt jeder sein Feig. Ab geht die Gaudi! Wurscht ob ich... Ja? Sehr cool. Das ist das beste Lieb von deinem. Ja, deswegen muss ich schön viele Outdoor Sachen machen. Genau. Das ist Basti, wie ich ihn liebe. Schön viel Spiel. Ey, normaler Move. Der Yoshi, der raucht, aber der vergisst irgendwie immer anscheinend, dass man dazu Zigaretten braucht. Ja, deswegen kann ich ziemlich Away von Larsen. Ja, ich kann mich nicht gerne was. Ich kann mich nur von Larsen. Ja, ich kann mich nur von eisen. Nach dem Sinne. Ja, ich kann mich nicht trotzdem auf den früheren. Žmmelde. Deine es einfach so schnell,